So, wir sind jetzt noch mal da. Es ist jetzt das Ergebnis angekommen. Es wird noch mal erklärt, wie was zustande gekommen ist. Also in Kürze werden wir es hier gleich verkündet bekommen, wie das Ergebnis der Kandidatenkürer ausgegangen ist vom Landesparteitag der AfD Brandenburg. Also, das legt ein Wahlergegnis vor. Vielen Dank. 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 Herr Dr. Gauland wird jetzt gratuliert. Er hat also hier das beste Ergebnis eingefahren. Jetzt schauen wir mal, wer seine Mitstreiter sein werden. Herr Rauland nimmt die Wahl an. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.